Auf Tafel 12a vergleichen wir. Und zwar unterscheiden wir hier. Wir vergleichen Gleiches miteinander. Also a ist gleich b. Dann sagen wir so wie. a ist so groß wie b. b ist so groß wie a. Wir vergleichen Ungleiches miteinander. Beziehungsweise wir verwenden hier den Komparativ. a ist größer als b. b ist kleiner als a. So, also merken Sie sich bitte, wenn wir den Komparativ nehmen, dann vergleichen wir mit als. So, dann noch eine dritte Variante. Wir unterscheiden zwischen Gleichheit und Identität. Beispiel. Maria hat ein rotes Hemd. Petra hat auch ein rotes Hemd. Also zwei Hemden. Die beiden haben die gleichen Hemden. Die beiden sind Zwillinge. Sie haben nur eine Bluse. Heute trägt Petra die Bluse. Morgen trägt Maria die Bluse. Jetzt haben wir Identität. Die beiden haben dieselbe Bluse. Also nur eine Bluse. Danke. 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 Danke.